Ja, ähm, erstmal einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur, ähm, Moment, muss man klauern, herzlich willkommen zur Let's Play Live Show, äh, ich, oh Gott, das muss so scheiße aussehen, ich hab, ähm, ja, ihr wundert euch sicherlich, warum ihr mich gerade nicht seht, das hat folgende Runde, einige werden es wahrscheinlich von euch schon wissen, ihr hättet ja gestern, ja, ich sag mal, ein Wetteinsatz war es ja nicht gewesen, Alter, wette, ähm, ich sag mal, ein Wetteinsatz war es ja nicht gewesen, aber ihr wolltet mich ja mal mit Bart sehen, mit Wattebart, ich hatte leider nur, ich hatte leider nur, äh, Wattepads gehabt, jetzt muss ich mir das irgendwie, Alter, diese Scheißpads friebelt mir immer in den Mund, ähm, jetzt muss ich mir das irgendwie mit Tesafilm so ein bisschen behelfen, ja, Alter, ich trau mich gar nicht, das Dingster wegzunehmen, ähm, ja, äh, hallo Roman, hallo Franzi, hallo Deggy, hallo T-Real-Prime, schön, dass ihr alle da seid, ähm, ja, äh, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, hallo und, aua, Alter, das hält gar nicht mehr, oder so, hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show, Ich seh aus wie so ein Weihnachtsmann. Ja, ähm... Alter, das hält gar nicht mehr. Ja, und willkommen zum... Alter, das geht immer wieder, wenn ich lachen muss. Alter. So. Und immer die... Alter, die Flusen immer hier... Alter, die Flusen immer hier drin. Das ist schrecklich. So. Ja, ihr seht, ich hab wieder zwei Mikrofone an. Ich werde heute wieder ein bisschen den Livestream aufnehmen. Alter, das hält gar nicht mehr. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Wir werden heute Limbo spielen. Wir sind ja gestern nicht mehr dazu gekommen. Alter. Alter. Ja, wir sind ja gestern nicht mehr dazu gekommen. Wir haben ja gestern Everybody's Gone to the Rapture durchgespielt. Folge 1 und 2 ist schon mittlerweile... Alter. Folge 1. Beweisst du dir den Nachbild? Baba kommt später. Alles klar? Herzliches Ahaha. So, ähm. Hallo Klanggas, war auch an dich herzlich willkommen. Ja, die ersten zwei Folgen sind schon auf YouTube von gestern. Ist wahrscheinlich schon aufgefallen. Wenn das jetzt abfällt, ist mir egal. Äh. Ach. So. Willkommen. So. Dann lasse ich nur noch dat dran. Wenn viele jetzt... Alter. Weg damit. So. Ähm. Ja. Nochmal. Steht mir, ne? Ho, ho, ho. War's doch schönartig. Ja. Kommen wir mal wieder... Kommen wir mal wieder zum Streamen und zum Spielen. Ähm. Ja. Ich hab's eingelöst. Ihr seht's. Ich mach's so, weil ich bin ja für jeden Blödsinn zu haben. Kennt mich ja. Ähm. Ja. Wenn wir heute Limbo spielen, sind wir gestern nicht so gekommen. Wie gesagt, Everybody's Gone to the Raptor ist schon online auf YouTube. Wir sind, ich glaub, es sind noch circa vier Folgen, die ich noch hochladen muss. Der Rest ist schon online. Kommt jeden Tag eine Folge um, äh, 19 Uhr. Ja, so für die Leute, die es gestern verpasst haben, die ins Bett gegangen sind oder so. Wie gesagt, jeden Tag eine Folge. Ab heute dann 19 Uhr. Dann, äh, wie gesagt. Ja. Würde ich... Alter, hier fliegen überall diese Stofffetzen rum. Soll ich den Bad so anlassen? Die ganze Zeit jetzt erstmal so ein bisschen? Ja, ne? Würde ich sagen. So, ich drücke mal X. Ich hab's selber noch nicht gespielt. Wir sind mal... Alter, ich bin mal gespannt, was da auf und schwarz wird. Was? Heute ist Licht an Nacht bei mir? Okay. So. Ja, muss das nachholen. War das wie so toll? Auf jeden Fall. Wir hatten auch jeder mehr Spaß gehabt. Hallo Skygirl. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und nicht Sexy Girl, sondern Sky Girl. Äh. Hallo? Hallo? Ach so. Wir sind so ein kleiner Junge da. Hallo? Hallo? Ich bin's. Hallo Anna, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play. Willkommen zur Let's Play. Ja, ich hatte gerade noch hier oben so ein Ding. Aber das ist immer wieder abgegangen. Ah, okay. Ah, wir sind so... Okay, wir können springen. Wir können kurz springen, können lang springen. Ich probiere mal so ein bisschen die Tasten aus. Okay. Okay, das war's eigentlich. Mehr können wir auch nicht machen. Gut. Ähm. Ich gehe mal links lang. Mal gucken. Zu viel sind der kleine Junge. Ah. Alter, schon die erste Trophäbekanne bekommen. Falsche Richtung. Mal sehen, wie oft du stirbst. Äh. Äh. Haben die Läden in der Stadt bis 0 Uhr auf... Und da... 0 Uhr... Äh, okay. Krass mit Feuer... Ah, 0 Uhr ist Feuerwerk. Nun, 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 nun. Wie freudig er doch läuft, ne? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Wir sind irgendwo in so einem Wald. Ähm. Oh, Alter. Können wir hier was... Ah. Ah, wie cool. Ich spiele das gerade mit dem Digipad, also nicht mit dem Stick, weil irgendwie habe ich da ein bisschen mehr Kontrolle, habe ich das Gefühl. Ui, Extremshopping gefällt mir. Ist klar, Alex, ja, natürlich. Natürlich. So. Ah, ist eine schöne Physik. So. So. Wie nennen wir ihn denn? Haben wir schon einen Namen für ihn? Sollen wir ihm einen Namen geben? Ich finde schon, oder? Mit seinen leuchtenden Augen. So. Juhu. Yeah. Okay. Dachte, Limbo ist was anderes. Ich dachte, ja, ich dachte auch, dass wir Limbo tanzen. Hallo Matthias, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ach ja. Wie er da so drin sitzt, ne? Wie so eine treulose Tomate. Wie geht's? Hallo? Können wir das Boot hier rüberziehen? Vielleicht? Ah. Cool. So. Es ist auch sehr still gehalten, irgendwie. Das Spiel? Ah. Und gestern durchgespielt hat es Spiel? Ja, haben wir. Kannst du alles verfolgen auf YouTube. Kommt jetzt jeden Tag eine Folge ab 19 Uhr. Zwei Folgen sind schon online. So, und willkommen zu Limbo. Auch an alle neuen Zuschauer. So, herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Alter, schon 21 Zuschauer seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Und wir sind im Wald. Was? Brust zusammen? Ja, Brust zusammen, genau. Erstmal Brust zusammen. Ich bin heute ein bisschen anders unterwegs. Was? Pornhub? Was? Hä? Wie? Was? Wer? Warum? Hä? So. Ähm. Okay. Ich habe was zu essen. Schäm dich. Ich habe nichts zu essen. Na, eigentlich reizt es mich ja, ne? Bin ich ganz ehrlich. Eigentlich bin ich, weil er so, er guckt so, ach ja, hm. Ja, morgens auch schon wieder Ostern. Kann man, ach, ich dachte, man kann den Kontrollen, aber irgendwie reizt es mich ein bisschen. Ach, machen wir es einfach mal. Wui! Alter. Ist ja krass. Alter, fliegen wir alle Köppe weg. Hä? Wie ist er, Hä? Hab Tortellini, äh, soll ich vorbeikommen? Oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Tortellini ist immer gut. So, jetzt probieren wir es nochmal aus. Nein! Alter! Scheiße! Fuck, warum springt er denn so kurz? Verdammt. Schon das erste Rätsel und schon am Sterben. So. Ich hatte gefüllte Zucchini, auch geil. Ich hatte Spaghetti, mhm. Ich hatte heute Hackbraten mit Kartoffeln und Soße. Und, äh, Apfelmus. Höh. Äh. Äh. Oh, Kebab. Mh. Oh, und jetzt Ben & Jerry. Ich könnte mir vorstellen, dass es so funktioniert. Ich hab Pätser. Ah. Cool. So. Sollen wir ihn Michel nennen? Komm, wir nennen ihn einfach mal Michel. Und Michel ging durch den Wald. Und im Wald war es sehr dunkel. Mit seinen leuchtenden Augen strahlte er die Nacht aus. Hüpp. Äh, was? Hüaah. Alter. Toll. Tolle Wurst. Ich will irgendwie grad zum McDonalds. Ich auch, bin ich ganz ehrlich. So. Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... So. Wir laufen durch den Wald. Komm aber wieder. Genau. Komm aber wieder. Ja. Der kann doch bestimmt nicht schwimmen, oder? Okay. Ja, gut. Haben wir das auch mal gesehen? Ich habe keinen Führer, Jamil 16. Fangen wir mal das an. Ja, gut. Dann musst du... Dann solltest du... Und jetzt? Oh, nein, nein! Alter! Was soll denn das? Oh, dann macht er die Eukleins zu. Oder... Warte mal, kann das sein, dass wir die Kiste für hier brauchen? Ich probiere es mal. Dauert über eine Stunde, ist mir zu weit. Es gibt doch einen McDonalds-Lieferdienst, ich weiß aber nicht wo. Dann hättest du es dir verdient, ja? Tatsache, wir müssen hier rauf. Okay. Äh. Müssen wir hier... Ah, müssen wir hin und her bauen. Juhu! Hui! Hui! So. Hü. Und... Wo... Wo kommen wir jetzt hin? Äh. Hü. Hü. Da war noch eine Liane. Aber da komme ich nicht dran, verdammt. Wie komme ich denn an die Liane dran? Hü. Ah, okay. Da oben ist noch ein Collectible, wenn ich das richtig sehe. Hui! Hui! Ja, Mann. Schöne Höhen. Hui! Ich glaube, das war ein Abendpika-Pikachu. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und ja, du siehst, ich habe meine... Meine Wettschulden sind Ehrenschulden, habe ich eigentlich gelöst. Waren ja eigentlich... War ja eigentlich... Hü. Mö. War ja... War ja keine Wette. So, jetzt brauchen wir das auch nicht mehr. Ich glaube... Moin Kippen, warte! Hallo Bulli, willkommen zur Let's Play Live Show. Okay. So. Hm. Und der Michel ging wieder durch den Wald. Lalalalalalalalala. Lalalalalalalalalala. Lalalalalalala. So. Darum sehen wir schon einen Falle. Hallo. Ich mag keine Spinnen. Die sind so eklig. Ach komm, wir probieren es mal. Hallo. Du hast aber schöne Beine. Das passt da auch jetzt. Ich arsch auf einmal, wie er da so guckt. Der guckt aber auch so. Hallo. Ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Aber wie kommen wir denn da dran? Hm. Hallo. 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 Schönes Bein. Was ist aber ein schönes Bein? Ah, okay. Ist er jetzt runtergefallen? Ah, das rutscht weiter runter. Santa Claus Wappenbad. Ah, wie schön. Ah. Ja, geil. Cool. Jetzt krieg ich die Spinne alles, was sie braucht. Guck mal hier. Guck mal. Guck mal hier. Guck mal hier, was ganz schön ist für dich. Guck mal. Okay. Da sticht sie also hin. Okay. Okay. Nein, das war falsch. Okay. Ha. Tja, das ist dumm gelaufen, würde ich sagen, ne? Ah, nein. Scheiße. Habe ich mich jetzt erschrocken? Kacke, Alter. Fuck. Diese blöde Kackspinne. Verdammt. Müssen wir das nochmal dreimal machen, bestimmt, ne? Das ist ja auch nicht einfach. Hm, unser Michel. Ob der es schafft? Wir schauen mal. Ciao. Ah, Mist. Hallo. Haha. Jawohl. Sehr schön. Alter. Willst du mich verarschen? Guck mal hier. Hallo. Jawohl. Boah, ist sie eklig. Boah, ist sie fett. Alter Schwede. Okay. Gott sei Dank. Wir sind weiter. Was ist eigentlich mit Flexis Gesicht? Ja, da fragst du am besten mal die Community. Was mit meinem Gesicht ist. Ich habe mich heute beim Rasieren überall geschnitten, deswegen sehe ich so aus. Ich hatte einen kleinen Unfall. La, 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 la. Und Michel. Iiii, wir sind hier überall. Und hier sind... Alter, was ist das? Ich... Alter, beweg dich! Beweg dich! Alter, nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Alter, geh weg! Du bist so quasi! Äh... 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 Ähm... Boah, ist sie fett. Ah, wir können uns noch bewegen. Okay. Ah, das sollte wahrscheinlich so sein. Äh, äh, äh... Ich frage mich, wie der darin atmen kann. Kann auch springen. So. Wir versuchen mal ganz schnell der Spinne zu entkommen. Jetzt muss ich aber genau timen, dass ich nicht runterfalle. Oh, Alter, Schwede. So. Bin mal gespannt, wann wir das Spinne jetzt loswerden. Oh, wie gut das aber auch funktioniert mit der Slapstick hier neben so einem Spiel. Es ist der Hammer. Ohne Scheiß. Einfach mal stehen bleiben. Gucken, was passiert. Hahaha. Alter. Sieht ein bisschen komisch aus, wie der den Stein anspringt. Hüpp. Und die ist auch nicht da, die Hexe. Die ist schuld. So. Ui. Nein, nein. Oh. Ach, scheiße. Wir müssen auf der... Ich glaube, wir müssen auf dem Ball bleiben. Ich glaube, der Bart, der rutscht mal weiter runter. Okay. Oh, ganz langsam. Oh nein, wir kriegen schon wieder Besuch. Oh, mach schneller. Mach schneller. Oh, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Alter, mach schneller. Mach schneller. Mach schneller. Hüpp. Hüpp. Ui. Ah, okay. Aber so richtig Watte wäre besser. Ja, ich habe euch leider nicht da gehabt. Ich habe nur Wattepads. Ach, wie cool. Wir haben immer noch so ein bisschen hier von dem Spinne seinen Haaren. Wie niedlich das aber auch gemacht ist. Na, 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 na. Ich bin der kleine Nils. Wer ist er denn? Hüpp. Äh. Ach, das war ein Alter. Das war eine Falle. Wie gemein. Okay. Das war so klar eigentlich. Das war sowas von klar. Okay, dran springen und dann weg. Hüpp. Okay. Puh. Warum hat ein Mann eigentlich Wattepads? Das sind eigentlich nicht meine gewesen. Die hat hier mal jemand liegen lassen. Und außerdem schminke ich mich auch vor der Let's Play Live schon immer. Ich habe ja hier eine Maske. Und die schminken mich dann halt immer, damit ich auch immer gut aussehe für euch. Totaler Quatsch. Ich und Maske. Regie, stimmt das? Ja. So. Hüpp. Es ist für meine feminine Seife. Phenemine Seife. Scheißegal. Oh, war das geklappt, Alter. Schwede. Okay. Boah, nein! Scheiße. Verdammt. Nee, Chirurgie nicht. Noch nicht. Kommt noch. So, mit 40 mach ich das. So, jetzt genau. Nein. So, jetzt aber. So, ich hab einen neuen Follower. Danke. Sie haben ein... Sie haben ein... Sie haben ein... Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Willkommen zur Let's Play Live-Show und vielen Dank für den Follower. Ach, guck mal, wir sind gar nicht alle... Ach, wir sind... Wir sind gar nicht alleine hier. Okay. Was? Rest in... Was? Rest in peace? Was? Was? Habe ich was verpasst? Lalalalalalalalalalalalalala... Hui! So. Ähm... Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020